Bewegungsabfolge 2 für die Teens. Ihr startet im Sitzen, Rückwärtsrolle, tippt mit dem rechten Bein, tippt mit dem linken Bein, ihr landet im S-Sitz, 1, 2, noch einmal, 1, Hüfte hoch, 2, Hüfte hoch, in die Sit-Up Position, 5 Sit-Ups, 1, 2, 3, 4, 5, jetzt 5 mal die Triangel in der Luft, 1, wichtig, die Hüfte ist oben, zurück, andersrum, 2, 3, 4, 5, und jetzt noch einmal Schwung holen mit den Beinen, Fersen eng, zurückspringen in die Liegestützposition, randspringen und der Strechsprung.